Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul von mir und eigentlich ist es mehr so ein Mini Haul. Ich habe nämlich nicht so viel gekauft, aber ich habe schon ganz schön Geld da gelassen. Ich war ja auf meiner Schulung, ich war unterwegs und habe auf dem Weg ein paar Läden abgeklappert und was ich gekauft habe, werde ich euch natürlich zeigen. Und ich werde auch nochmal sagen, wo ich die Sachen herhabe. Also, ich habe mir drei Washi-Tapes gekauft und die sind von Arte Bene. Ich habe sie im Hugendubel gekauft, das ist ja diese Buchhändlerkette, ähnlich wie Talia, nur Hugendubel gibt es hier in der Nähe nicht, jedenfalls nicht da, wo ich wohne. Und dort gab es das natürlich und ich habe mir drei Stücke gekauft, die waren nicht gerade billig. Also, hätte ich die Wahl, hätte ich sie nicht gekauft, aber ich habe schon lange kein Washi-Tape mehr so als Rolle gekauft, was mir auch richtig, richtig gut gefallen hat. Und diesmal war es soweit und dann dachte ich, wenn du eh schon unterwegs bist, kannst du dir auch mal etwas gönnen. Genau. Und deswegen habe ich mir jetzt diese Washi-Tapes gekauft. Einmal das mit den Herzen. Das ist jetzt mehr so rot, das sieht jetzt ein bisschen rosa aus, aber es ist mehr rot. Genau, jetzt zeige ich euch das mal. Ups. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Also es ist mehr so rosa, rot und hat goldene Herzen drauf. Finde ich sehr schön. Das zweite ist schwarz mit bronzenen Elementen drauf, also mit einem bronzenen Muster. So, bin ich auch sehr schick. So sieht das Ganze aus. Zu der Qualität muss ich sagen, es ist jetzt nicht so hochwertig. Also gerade diese Bronze-Elemente gehen teilweise auch ab. Finde ich aber sehr schön. Also mir macht das jetzt nichts aus. Also ich bin da nicht so pingelig. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, die Qualität ist jetzt nicht so gut, aber die kleben gut. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Bei Washi-Tapes weiß man ja teilweise nie, was man da kriegt und ob das Ganze auch hält. Aber mit denen bin ich eigentlich recht befrieden. Genau. Okay, das war jetzt das zum Washi-Tape. Washi-Tape kann man ja immer gebrauchen. Davon kriegt man nicht genug. Dann habe ich mir, ich habe mich sofort in die verliebt. Und zwar diese Kugelschreiber. Ich habe ja den von Kopenrad schon. Also den hier. Und Kopenrad hat jetzt noch andere rausgebracht. Das sind diese hier. Und ich stehe ja total auf, alles was Musiktasten, also diese Klaviertasten hat oder irgendwelche Musiknoten hat, schwarz-weiß. Das ist eigentlich genau meins. Und ich habe die gesehen und die sind teuer, ja. Also die sind nicht gerade billig. Aber ich habe sie gesehen und habe gesagt, die nehme ich sofort mit. Und ich habe sie jetzt auf der Schulung benutzt. Also ich habe jetzt einiges mit denen geschrieben und finde sie nach wie vor total schön. Die sind auch ein bisschen schwer. Also es ist jetzt kein Kugelschreiber für 50 Cent oder so. Aber die sind schon recht hochwertig. Dann habe ich mir dieses Set hier gekauft mit den Clear Stamps. Die Monate, einmal die Wochentage, nochmal die Wochentage. Und die Zahlen finde ich sehr cool. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und die mussten auf jeden Fall mit. Ich habe sowas schon, nämlich schon etwas länger gesucht. Und ja, das sind jetzt Silikonstempel von Paper Portray. Die, ja, also die hier hatte ich beim Home Double gesehen. Die hier übrigens auch, aber die habe ich in einem Bahnhofskiosk gekauft. Schmidt & Hahn nennt er sich, falls euch das was sagt. Also falls ihr in einem Schmidt & Hahn vorbeikommt, guckt einfach mal durch. Ansonsten ist es vom Koppenrad. Koppenrad findet ihr, könnt ihr euch bestellen bei Amazon oder so. Also die haben da auch die Sachen. Und Paper Portray, das kennt ihr ja, das hat Idee. Das ist, das findet ihr hauptsächlich dort. Und woher haben die das auch da. Kommen wir zu zwei Sachen, die ich, die waren günstig. Also die hatte ich auch bei Hubendubel, Kauf im Hubendubel. Da gibt es ja so viele Sachen, also zumindest in dem, in dem ich war. Das sind jetzt diese Stiftschlaufen. Und ich bin ja immer ein Freund von Stiftschlaufen. Die sind jetzt von Brunnen. Ähm, hatte ich bisher noch nie. Das Gummi scheint auch relativ dick zu sein. Also relativ, also die Schlaufe ist relativ groß. Das heißt, ich könnte auch dicke Stifte da reinquetschen. Ich werde es mal ausprobieren und bin dann mal echt gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Und ja, ich bin mal, ja, mal gucken. Also ich habe mir jetzt zwei mitgenommen. Die waren reduziert, äh, um die Hälfte. Und das fand ich schon recht cool. Also habe ich die Chance genutzt. Was ich mir noch gekauft habe, da habe ich schon eins ausgepackt. Das sind diese Pen Holder. Und, ähm, das sind jetzt Bänder. Also das sind jetzt Gummibänder. Ich zeige euch mal das Ganze, wie das, ähm, offen aussieht. So, das ist jetzt das Gummiband. Hier ist die Stiftschlaufe. Finde ich sehr cool. Und ich kann das, ähm, um meinen Planer herum machen. Oder um ein paar Seiten. Und ich finde das schon cool, weil ich benutze sehr gerne mehrere Stifte. Und das ist nicht so einfach, wenn man dann nur einen Stift hat. Und nur mit dem einen schreiben kann. Da ist es schon ganz witzig, wenn man dann halt eben sowas hat. Ich weiß noch nicht, ob ich, ähm, alle drei behalten soll. Oder ob ich eins mitgeben soll. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch am überlegen. Aber auf jeden Fall, ähm, das Rosane behalte ich schon mal. Deswegen habe ich es ausgepackt. Und mal gucken. Ja, ich habe es ja sowas von, äh, von, ähm, Mambi gesehen. Da war ich aber so mit mir überlegen. Aha, soll ich das wirklich kaufen oder nicht? Aber jetzt habe ich sie hier gesehen. Und, ähm, muss sofort... Ich, ich nehme die jetzt mit. Egal. Ich nehme sie jetzt mit. Und weil ich noch nicht genug von Sticky Notes haben kann von Moses, findet man ja immer was Tolles. Ähm, das sind jetzt diese hier. Ich habe ja schon mal Sticky Notes von Moses gehabt. Upsala, da habe ich schon was draufgeschrieben. Ja, ich habe sie schon benutzt. Ähm, ja, das mache ich mal kurz ab. Ähm, genau. Und, ähm, die habe ich auch der Schulung jetzt auch ein bisschen benutzt. Das heißt, ähm, deswegen ist es auch offen. Das sind jetzt hier einmal diese schmalen, ähm, kann man gut zum, ähm, markieren, wo man quasi ist, wo was ist, wenn ihr zum Beispiel auf der Schule seid und irgendwie was eintragen wollt. Und dann könnt ihr das nochmal markieren. Hier haben wir nochmal ein To-Do Sticky Notes, zwei halbe Sticky Notes, dann eine Wolke und eine Sprechblase mit Note 2 Self. Genau. So, das war, das war jetzt mein kleiner Mini-Haul. Ich habe nicht viel gekauft, aber ich habe schöne Sachen gekauft. Und da bin ich auch ganz glücklich. Und ja, ich hoffe, mein kleiner Haul hat euch gefallen. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.